Marc Terencey sagt, alles ist cool, kein Streit mit Gina-Lisa. Sie hat an die Beziehung mit dem Sänger und Stripper offenbar nicht die besten Erinnerungen, deutet immer wieder an, dass es nicht unbedingt freundlich auseinander ging. Woran liegt das, dass hier die Meinung der beiden Dschungelcamper so weit auseinander gehen? Vielleicht weiß Terencey ja selber, dass nicht alles ganz friedlich ablief. Möchte Gina-Lisa aber bloß nicht quer kommen, denn die droht für die gemeinsame Zeit im Dschungelcamp jetzt schon. Wenn er mich zu sehr ärgert und blöd zu mir ist, dann muss ich schon mal allen erzählen, warum ich nicht mehr mit ihm zusammen bin. Dann denken alle echt ganz schön böse über ihn. Das kann Terencey nun wirklich nicht gebrauchen. Was seine Frauengeschichten angeht, hat er schon jetzt einen wirklich schlechten Ruf. Er hat fünf Kinder mit vier verschiedenen Frauen. Vor allem bei den letzten drei Kindern gab es viel Ärger mit den Müttern und schwere Vorwürfe gegen den Sänger.